Der Monk, den müssen wir jagen, Pia. Der Monk müssen wir jagen. Der Monk? Cycler, Cycler um den rum. Weil der Wari geht eh auf einer von uns zwei. Und der Monk hat so, hat auch so wenig Mana-Probleme. Und den krieg er Cycler oder? Oder kille nach Cocoon. Zum Beispiel kann ich Swapper. Ja, nach Cocoon Swapper. So dann. Let's a go. Geh hier doch unsichtbar, I love City Kid. Ich hab ein Standard, wirbel Monk. Swapper. Ja ich Swapper, ich schiebe Warrior. Ja. Wo der Stunt Leiter. Avatar. Wo der Stunt Leiter. Boah, ich hab kein B-B-B-S-A-T-Hier-Lex. Ja, Mann. Ah, ich konnte ihn leider nicht kicken. Ich hab Auto-Time an. Muss hier weg. Ich wurzel den da, Hanna. Wirbel ihn kurz. Das Bär reflektiert mich. Äh, ich trinke dir das nicht, wenn du kannst. Was so unsichtbar zu gehen ist. Nice or cheap. Ich wirbel. Ich muss Trinket kommen, ja. Trinket kommen. Ich hab Roland. Schieb nochmal. Wirbel Warrior kurz und danach jetzt Monk. Nee, außer rechtwärter. Ahhhh. Bad, bad, bad. Ring of Fire, Brody. The Ring of Fire. Ah, ich muss runter. An die Mobs hier. Und BAM! Soll ich blocken? Nee? Ich lasse den kreisen. Ich wirbel den. Nee. Immun. Okay, der spielt gut mit seiner Sperrreflection. Ah, ich hab gelockt. Haben wirbel full. Avatar ist weg. Nice. Nice, nice. Ach du uns jetzt sauf, glaub ich. Der sauf. Mana T macht er. Naja. Wenn der Charge wurzel ich in dir. Nee, ich wurzel den Monk. Wirbel den, wenn der so dumm herläuft. Wirbel das Warrior zurück. Nee, der hat Sperrreflection. Der hat Sperrreflection noch. Ja, jetzt ist weg, jetzt ist weg. Jetzt kann ich wirbeln. Nee, nee. Manatees. Ich wirbel den Manatees. Ja. Das ist weg, ich hör mal. Ja. Mach der nicht. Ja. 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 wenn man die laufen lassen ich muss halt die ganze Zeit rein ich habe bloß 2,7 Millionen geheilt 2,4 Millionen Damage fast so viel wie du brauchst so viel wie du brauchst